Mein Name ist Stefanie Langanke, ich bin 29 Jahre und ich bin jetzt acht Jahre hier im Unternehmen, habe mit meiner Ausbildung als Bürokauffrau begonnen, hatte auch die Ehre und war die erste Auszubildende in diesem Bereich und seitdem bin ich dann in der Arbeitsvorbereitung tätig. Wir sind mit unseren vorgesetzten sieben Leute in der Arbeitsvorbereitung. Fünf Frauen und zwei Männer. Wir sind viel am Lachen da oben, wir sind ein super Team, gerade deswegen macht die Arbeit auch hier so besonders viel Spaß. Wir sind eingespeist, funktioniert alles super. Ich bin mehr im Bereich der Blechfertigung eingesetzt. Die Blechfertigung wird ja immer größer bei der MAPink, gerade die Laser und Kanten, Stanzen, Schweißroboter, auch Korrosionsschutz, überall wo Serienfertigung drin steckt, da bin ich eigentlich dann auch mal zu finden. Ich bin auch gerne mal unten in der Produktion und fasse dann auch mal mit an, wenn ich mir was angucken kann oder mal schnell irgendwas helfen. Das ist halt diese Vielseitigkeit, man ist nicht nur auf eines spezialisiert, man entwickelt sich ja so auch immer weiter. Ganz besonders ist mir das Drachenbootrennen in Erinnerung geblieben. Hat natürlich mega Spaß gemacht, aber auch die Weihnachtsfeiern, die Familienfeste, das sind so Momente, die nochmal die Kollegen richtig zusammenschweißen. Man ist mal nach der Arbeit hier, man kann sich privat unterhalten, aber auch so allgemein die komplette Entwicklung der MAP. Wo ich jetzt acht Jahre hier bin, hat sich ja doch schon extrem was getan und bin ich auch stolz darauf, Mitglied zu sein.